moin moin leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge nu pvp slash minigames heute spielen wir rage mode und wir sind alleine und die runde beginnt in 5 4 3 2 ich bagge 1 sehr gut da sind wir wir haben es lange nicht gespielt mal sehen wir die runde gleich hier also das mit dem der gleich gewinnt von uns beiden diese schießt er nicht dann der hier genau ich habe den modus länger nicht gespielt ich habe keine ahnung mehr wie der geht also schon aber sehr gut kill wir sind gerade auch ganz mal letzter oder sowas sehr gut hier ist der kill oh nein scheiße ich nicht wissen und jetzt wissen wir wieder warum die serie nu pvp heißt weil ich schlechten pvp aber nicht kann ich sollte mich vielleicht jetzt mal ein bisschen ernsthaft die runde machen und hier nicht so irgendeinen scheiß mal ein bisschen oh man ich habe noch zwei kills bei mir kostet nochmal speed 15 jetzt muss 15 kills machen und dann kann ich immer ein bisschen aufräumen natürlich alles klar war so klar ja sehr schön wo ist noch einer oh lol hat das gleich wieder gerecht war ja klar und gleich nochmal von wo kam der fall also jetzt könnte man die ruf auf kreipro machen den tipp hat mir damit gegeben später mit nur irgendwie nicht so weil ja ich finde die ansicht irgendwie scheiße finde oh lol und ich habe natürlich wieder verkackt ja ich habe erst fünf leute kill davon zählen drei weil schon zweimal abgezogen wurde 14 alles ist dann wohl noch einer nein mann das ist irgendwie scheiße das kann ich ich habe einmal ein versehentlich gekillt danke da kann man gut mit schwert ich weiß und wieder verkackt ach war der gleiche der hat jetzt gerade voll den speed hier und wieder verkackt auch echt zu blöd also heute ist irgendwie bin ich sehr schlecht in in auf dem also m viel mehr ich 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 Ehh... Fail? Oh! Nice! Yippie! So... Hä? Wie bin ich jetzt gerade gestorben? Ich habe keine Ahnung. Mmm... So... Ups... Ich muss diesen... Wieso habe ich ihn gerade nicht getroffen? LOL Okay... Das war eine sehr unerfolgreiche Runde. Also ich war gerade wirklich schlecht. Gebe ich zu, das war ja nicht mehr normal. Ähh... Oh, der Panda hat gewonnen. Nein! Das ist ein Hacker. Ist so. All die hier Kills gemacht haben, sind ein Hacker, außer ich. Ähm... Okay, wollen wir noch... Gehen wir an die Runde hier. Oh, da hat 45 Sekunden. Da machen wir so lange ein bisschen jumpen können. Ähh... Ist der Panda wieder dabei? Gerade nicht. Sehr schön. Nein... Nein... Minecraft Profil. Alles klar. Geiler Name. Ach... Also... Auf so'n Bullshit kommen? Muss man aber erstmal. Ist so. So... Hier cheaten wir ein bisschen. Oder auch nicht, weil... der uns das vermisst hat. Egal. Und beginnt. Und... Loll. Okay. Gleich mal. Ja! Kill! Sehr gut! Kill! Kill! Okay. Ich wurde vom Minecraft Profil getötet. Die Runde ist doch schon mal wieder ein bisschen... clearer. Ja! Ich hab sogar mit der Wurfachs mal... Die Runde sieht ja schon ganz anders aus hier. Leute! Von wo? Von wo? Ich werd irgendwie grad von allen Seiten zugebombt. Nice. Ähm... Von da. Man... Man sieht immer nicht von wo. Irgendwie... Ja! Ich hab mit der Wurfachs getroffen. Sehr schön! Oh! Das war... Fail! Ich hätte vielleicht mit dem Bogen... Oh! Sehr schön! Nervises Kill! Und... Das war... Fail! Himmel. Ähm... Bei... � quoi! Boah! Das hat er ja schon mit 18 Kills, euer! Bin bei... bei... 6 Kills! feel! Yay! Boah, der braucht noch 4 Kills bis zum Sieg, findet man den irgendwo. Ich weiß das ist assi hier. Aber... Mach ich noch. So, den noch. Der ist ja gerade gestorben worden. Aha. Das war Fail. Ich weiß, ich hätte vielleicht eine Waffe in die Hand nehmen können. Sehr schön. Fail. Ähm. Ich könnte ja mal in den Shop gehen. So, ne Rüstung haben wir uns mal gekauft. Einfach weil ich es kann. Es hat nichts gebracht. Wow. Also Rüstung ist scheiße. Um es mal... angesagt zu haben. Die haben sie gekillt. Okay. Okay. Ich bin glaube ich genauso erfolgreich wie die anderen Runde. Nur dass die andere Runde irgendwie... ... blöd aber. Mhm, mhm. Okay. Ich bin gerade zu faul zum selber lieben, deshalb warte ich bis das aber... ...down geht. So. Ähm. Wir sind gerade eine gute Runde. Da gehen sie gerade alle rein. Das bedeutet... Die Runde beginnt in 60 Sekunden. Okay. Äh. Dann machen wir das einfach mal. So. Und Jumpman verkackt. Also irgendwie mit Crackbro springen ist richtig behindert. Finde ich. Es geht mit dem anderen besser. Ah. Ist so. Toll. Äh. Ja. Von Nios brauche ich keinen Jump anfangen. Hm. Okay. Ja, die Folge ist mal wieder ein bisschen chilliger. Mal wieder ohne einen, aber... Ich finde Nuke PVP macht irgendwie mehr Spaß wenn einer dabei ist, aber... Hat sich gerade keiner so richtig gefunden. Deshalb, ja. Mach ich sie gerade alleine. Okay. Oh, lol. Ja. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Lol. Gleich mal. Nice. Der Kill war auch. Sagenhaft. Für meine Verhältnisse. Nice. Und verkackt. Schön. Ich bin erster. Lol, 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 lol. Das müssen wir auch recht erhalten. Und verkackt. Äh. Jetzt bin ich nicht mehr erster. Nice. Servus, alter. Ähm. So. Höh. Was ist denn jetzt passiert? Oh, sogar noch gekillt. Servus. Servus. Und verkackt. Äh. Ich bin trotzdem noch erster, alter. Et. Immer noch erster. Aber ich bezweifle eher, dass wir das schaffen. Also. Verkackt. Siehste. Wir gewinnen nicht. Dafür sorge ich schon. Mal kurz die Hauptaxe einsammeln. Scheiße. Oh. Nice. Nehmen wir das Kill. Wuhu. So. Läuft. Fail. Manu. Ähm. Okay. Ich glaub nicht, dass ich diese Runde mehr gebe. Ich bin hier. Alles klar. Ne. Wir sind so schnell. Alter. Wieso. Hallo. Äh. Danke, dass ich wieder darf. Oh. 5 Kills bis zum Sieg. Ja. GG. Wo ist denn der? Seh mal auf. Halb nicht für die. Oh man. Wieso mach ich grad so Bullshit? Ich war kurz die erste. Ich mach grad üblich voll die Bullshit. Erst so. Naja. Ich glaub ich werde die Folge beendet. Ich weiß, wir sind erst bei 15 Minuten. Äh. Folge vor zwei Tagen war auch nur 15 Minuten. Ich weiß. Ich hab grad wenig Zeit. Ich muss die Folge jetzt hier leider wenden. Ich würd dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Die. Also. Nächste Folge wird dann dafür. Mal 30 Minuten. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich mach mal dann ne 30 minütige. Minigame. PvP Folge. Whatever. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.